Hi, da bist du ja wieder. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe nämlich geahnt, dass du jemanden brauchst, der dich heute etwas müde macht. Und genau das habe ich nämlich auch vor. Das erste, was wir machen, ist ein bisschen harsch, also ein bisschen härterer Sound. Und zwar habe ich diese Schwemme. Danach werden wir etwas Klickgeräusche machen und den Anti-Stress-Würfel ausprobieren, den ich hier habe. Und am Ende werde ich noch etwas mit den Latexhandschauen machen. Deswegen schließ einfach die Augen, setz natürlich deine Kopfhörer auf und entspann dich. Ich komme mich um den Rest. Ich komme mich um den Rest. Ich komme mich um den Rest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Huuuuhh Das war's für heute. 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 Das macht leider nicht alles Geräusche. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Weiter geht's mit den Handschuhen. Das war's für heute. Sanji, mein Körper ist auch schon eingeschlafen bei den ganzen Triggern. Das war's für heute. 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 Ich kann das nicht so gut. Irgendwie bin ich auch rechts schneller als links. Hier ist die Wind 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 Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben. Ich habe den Kopf geschehen. Ich werde schon selbst ganz müde von den ganzen Triggern. Gut, ich hoffe, du bist schon eingeschlafen oder wenigstens auf dem Weg zum Schlafen und müde genug, um jetzt dein Handy ausmachen zu können und einfach einschlafen zu können, ohne weitere Hilfe zu benötigen. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, schöne Träume und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Schlaf schön. Schlaf schön.